Ja, liebe YouTube-Freunde, es ist 10 nach 4 am Montagmorgen. Warum ist denn das Bauerhaus schon aufgestanden? Warum wohl? Ja, es hat keinen Nebel, die Sicht ist gut und ich oder wir wollen da die Mondfinsternis anschauen. Es ist 20 nach 4, wir sind ins Auto gestiegen und auf den Lobberg gefahren. Das ist der Hausberg von Ersingen, gerade bei meinem Haus, um da die Mondfinsternis zu begutachten. Was ihr hier seht, ist das Rodlerstübi. Wir haben ja eine Rodelbahn in Ersingen, die noch bis Ende Oktober steht. Und das ist da, Beleuchtung des Rodelstübli. Rodelstübli. Rodelstube. Als wir auf dem Lobberg waren, habe ich meinem Kollegen ein SMS gesendet. Der ist ein weissiger Sterngucker und hat ein Teleskop und wir besuchten ihn um halb 5 Uhr morgens in Kirchberg. Warum willst du eins kaufen? Ja, 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 ja.